Hallo, wie geht's dir? Für alle Ihre Investitions- und Kreditbedürfnisse ist JPM Finance die Lösung. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Im heutigen Video bin ich mir gar nicht sicher, ob ich mich tatsächlich über prominenten Besuch in meinem Posteingang freuen kann. Bei JPM Finance besteht doch eine gewisse Verwechslungsgefahr mit der großen JP Morgan Gruppe. Gewollt oder Zufall? Schauen wir mal nach. Zum besseren Verständnis meiner Mehl-Mir-Mal-Müll-Videos und damit ich dich nicht in jedem einzelnen Video mit den Details langweilen muss, schau dir bitte das Making-of-Video dazu an. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Jetzt aber viel Vergnügen mit JPM und der besonders engagierten Buchhalterin Anna Maria. Nachdem ich JPM meine Standard-Kreditanfrage laut Making-of-Video geschickt hatte, bekam ich sofort eine Kreditzusage. Erstaunlicherweise ohne jeglicher Frage nach persönlichen Daten, Bankverbindung oder Ausweiskopie. War für mich etwas überraschend, weil Scammer all dies zuerst mal sammeln und dann erst Geld verlangen. Aber JPM ist anders, die hören auf meine Beschwerden. Was auch immer das bedeuten soll. Guten Abend, lieber Kunde, wir haben auf Ihre Beschwerden gehört, aber ohne weitere Umschweife möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir Ihnen die 30.000 Euro gewähren können, Sie jedoch einige Steuern zahlen müssen. Im Hinblick auf Ihre Erstattungsbedingungen können wir eine gestaffelte Erstattung akzeptieren. Wenn unser Arbeitszustand Ihren Erwartungen entspricht, antworten Sie uns bitte für eine positive Antwort, vielen Dank. Das ist ja spannend. Welche Steuern denn? Für jeden geliehenen Betrag müssen Sie die Studien- und Registrierungskosten, eine Gebühr für die Inkasso-Garantie und eine Steuergebühr bezahlt haben. Der Gesamtbetrag wird auf 4.898 Euro geschätzt, was Sie nach Erhalt der 30.000 Euro auf Ihrem Bankkonto bezahlen müssen. Wenn Ihnen das passt, beantworten Sie bitte die notwendigen Details zu Ihren Rückzahlungsbedingungen. Denken Sie daran, dass diese Steuer nicht zu den monatlichen Zahlungen hinzugerechnet wird, die Sie zahlen. Vielen Dank. Also, dass ich das richtig verstehe. Die knapp 5K sogenannte Steuern muss ich erst zahlen, wenn die 30K auf meinem Konto sind. So wurde mir das tatsächlich nochmal bestätigt. 298 Euro seien allerdings vorab zu zahlen. Da wollte ich natürlich sofort wissen, wohin ich denn überweisen sollte. Und da war sie. Anna-Maria erscheint im GEM und selbstverständlich wollte ich wissen, wer das denn sei. Immerhin schicke ich eine Menge Geld an sie. Und so kam die ganz logische Antwort. Hallo, sie ist die Inhaberin unseres Bankkontos, sie ist unsere Buchhalterin. Haben Sie bereits die Einzahlung von 298 Euro getätigt? Anna-Maria ist die Buchhalterin und finanzielle Transaktionen der großen GPMG über ihr Privatkonto? Der war echt gut. Erstmal habe ich natürlich keine Erklärung für diesen Konto wir wahrbekommen, sondern erstmal die Kreditbedingungen, also Laufzeit, Zinsen und Rückzahlungsraten festgelegt. Und dann wurde tatsächlich noch auf meine Frage nach Anna-Maria eingegangen, allerdings wieder nur bestätigt, dass sie die Buchhalterin sei. Frech wie ich bin, habe ich folgendes geantwortet. Schön für Anna, dass sie Buchhalterin ist, aber in keinem Universum werden Unternehmenstransaktionen über das Privatkonto von Angestellten gemacht. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass GPM noch frecher ist als ich. Und durch Kopieren einfügen gleich doppelt. Hallo lieber Kunde, ich habe Ihre Nachricht erhalten, aber ich bin nicht gezwungen, es Ihnen zu erklären, aber ich weiß, dass wir mit der Sättigung unserer Bankkonten konfrontiert sind, wenn wir genügend Transaktionen und insbesondere große Transaktionen erhalten. Daher hat unser Rat an die Verwaltung die Entscheidung getroffen. Der Buchhalter hilft uns, das ist alles und danke für Ihr Verständnis. Also alles wäre es gelaber, dennoch habe ich die Konditionen akzeptiert, um zu sehen wie es denn weitergeht. Und tatsächlich ist dann doch noch der obligatorische Fragebogen gekommen, den ich selbstverständlich gewissenhaft ausgefüllt habe. Es sieht so aus, denn auch auf weitere Nachfrage hat niemand mehr geantwortet, nachdem ich meine Daten geschickt habe. Ich hoffe, Sie haben Spaß mit den Fickdaten. Eigentlich schade, ich wollte niemanden etwas Schlechtes, ich wollte doch nur spielen. Aber keine Angst, ich habe noch viele, rätseligere und geduldigere Spielgefährten in meinen weiteren Videos. Also bleibt mir treu und Servus bis zum nächsten Video. Also bleibt mir treu und Servus bis zum nächsten Video.